So, weiter geht's heute mit Need for Speed, Hot Posit und den Cops. Was haben wir denn schönes wieder für euch, für uns? Oh, wir haben nochmal einen Hot Posit. Ja, geil. Geht noch weiter. So, was haben wir denn an Autos? So, scheinbar nicht. Entweder der Countess oder der Gallardo. Dann nehmen wir eine Gallardo mal. Na gut, dann machen wir uns mal auf. Wir müssen wieder ein Rennen verhalten. Sieben Verhaftungen sind das große Ziel. Wir haben sechs Tage Winder, zwei Straßensperren, zwei Helikopter und also achtmal das Yippie. Okay, okay, dann versuchen wir es mal. So, auf geht's. 19 Kilometer Zeit. Und diesmal stehen die Jungs nicht wieder auf, wenn wir die Amare kamen. Alle Einheiten, wir haben eine Notfallsteuer, sind auf der Cascade Paris. Kontakt! Ach, du willst das Spiel schon mal in der EGP spielen? Na, komm mal her, mein Freund. So, wie spielt das ganze Spiel schon mal andersherum? Ah, das ist klar, dass der Auge hat er selber gemacht. Stoffverfolgung, Sie haben einsatzfrei, Gasehaube. Leider haben wir jetzt einen. Auf der Auge ist das Ziel, für Verhaftung. Abgeworfenes Nadelwagen in eurem Bereich entdeckt. Seid vorgelegt. Aller Einheiten, die Straßensperrenposition vor euch. Erläuftverfolgung bestätigt, ist er passiert, bewegungsunfähig. Straßensperre, Mitte 10, 50, alle vorrücken. Zentrale Verdichtiger zu Straßensperren fahren. Ja, das war eben, ich habe es gerade nicht so sehr gerne. Meine Güte, da muss man mich eigentlich selber jagen. Verdichtiger hat ein Nagelband abgeworfen. Alle Officer werden um Vorsicht gebeten. Nagelband einsatzbereit. Beschließiger einsatzbereit ist Nagelband an eurer Position. Verdichtiger hat das Nagelband verfehlt. Verdichtiger hat das Nagelband verfehlt. Hoffentlich klappt es beim nächsten Mal. Over. Ziel ist in der Tonne gefahren. Ich glaube, das war nicht das Letzte, was wir von dem gesehen haben. Ja, aber Lena war zumindest mal kassiert. Wir haben zumindest mal drei schon kassiert. Ich glaube, ich kriege jetzt gerade den vierten. Bei fünf Verhaftungen haben wir erst eine Lückenkai, das Ding anzuschließen. So, das war jetzt der vierte. Herr Potton ist unterwegs und wäre hollow. So, 105. Das ist richtig, da wurde verwarnt. 6, da fehlt noch einer. Behalte die Straße im Auge. Diese Racer setzen Nägel ein. Hatte Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. Warum muss man auch da unbedingt da fahren? Warum muss man da unbedingt auch fahren? Das Problem, ich kriege der nicht mehr. Wenn wir die Karre am Weg gehen. 2 Gaben, 2 Gaben, 2 Gaben, 2 Gaben, 1 Gaben. Ja, ist klar, warum muss man auch unbedingt da sein? Da, sagen, in der Wand reinsetzen. Ja, das ist egal. Der Eil ist weg. Der ist weg. Der hätte ich gar nicht gehafen, wenn diese scheiß Wand nicht gewesen wäre. Weißt du, ich durfte mich in die Abkürzung rein, aber ja schon. 6 von 7 haben wir gekriegt. Fuck. Ja, das ist zum Kotzen, Alter. So habe ich gerne noch mitgenommen, den Typen. Ja, das war das Spiel clever. Aber eben, wo ich da dran war, da steht unbedingt noch ein Auto um die Kurve. Wir entwickeln die Zukunft der Geschwindigkeitskontroll. Mit der hundertfachen elektrischen Ladung eines Blitzflags stellt dieser Generator die ultimative elektromagnetische Einsatzwaffe dar. Zusammen mit dem Militär entwickelte Zielalgorithmen sorgen für 75% schnellere Zielerfassung. So. Und ein neues Auto. Mercedes-Benz AMG. Und Maserati Quattroporte SportGTS. Der uns jedenfalls noch bevorsteht. Na gut. Ja, schade, der hat nicht so gerne mitgenommen, den Typen noch. Ja, denn, wie gesagt, wenn ich diese unzupere Wand oder das Auto gewesen wäre, dann hätten wir es gehabt. Ärger mich gerade. Jetzt ärger mich trotzdem gerade. Wir haben noch Schnellansätze ohne Ende. Oh, das ist noch nötig. Ja, das nimmt man dann noch mit. Und dann nochmal nochmal Racer und dann sind wir durch. Und dann kann man wieder Turbo. Was haben wir denn hier als Gegner? Ja gut, wir haben wieder ein Fahrerfeld mit sieben Verhaftungen. Ja, das ist cool. Ich habe ja sieht schon einen Satz. Perfekt. Hoffentlich kriegen wir es hin. So, liebe Jungs, kriegen wir es hin. Sieben Autos haben wir wieder. Ja, fünf Verhaftungen brauchen wir ein Minimum, um die Aufgabe zu meistern. Ach, die geht ein Schatz. 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 Unsere Signale werden gestürzt. Sie ist auf die Skontakt angewiesen. Roger, 1073 freigegeben. Straßensperren Einheiten gehen direkt vor euch gesteckt. Die Straßensperre wurde passiert. Der ist immer noch auf der Flurrat. Denkel auf der Straße. An alle Einheiten. Bleibt vorsichtig. Antworten erhalten. Wir haben unsere Position. Scheiße. Weil da hat sich einer da irgendwie in einem Auto gecrashed ist. Gelobt Befolgung, bestätige Treffer, Versichtiger, bewegungsunfähig. Und auch der Labo, der geht mal gut. Das ist eben ein teurer Schrott, aber... Teurer Schrott, aber... Alle Einheiten. Freigabe der Eingang. Wiederhole. Eingang freigegeben. Over. Straßensperre. Ein Tor. Schuhe die Baut. Wir haben das System. Kontakt. Oh, den hat es auch erledigt, den Seifer. Ausstrahlende. Straßensperre ist in Position. Alle Einheiten. Straßensperre wurde besprochen. Verdächtiger weiter aufgeflucht. Verdächtiger hat die Straßensperre geurte. So, den hat er erledigt, den Mercedes. Alle Einheiten, Freigabe sich in sich einladen. Verstanden, Straßenstarren einhalten direkt vor euch in Stellung. Der Straßenstarren hat den Weg gesetzt. Straßenstarren! Warum auch immer? Verdächtiger hat das Nadelband verfehlt. Verdächtiger hat das Nadelband verfehlt. Hoffentlich klappt's beim nächsten Mal. We're over. Nadelband hat viel nicht verlangsamt. Verlächtiger Reine auf der Schuhe. Die Straßenstarren hat einen zum Verordnenden Anweisungen. Ich habe Kontakt. Mit dem Überlast hier. Seid ihr okay? Fuck you, Will. Verdächtiger wurde verwahrt! der nächste jetzt gleich wieder es ist jetzt eigentlich so noch der eine und bitte nicht schon wieder einer der achte ist durch ja das war es weil ich mich gemacht dass ich für den mann sogar anlegen musste mein gott man muss ja auch noch rüber ziehen 3,5 kilometer aber ich komme jetzt ein bisschen ran wieder anlegen und das war es oder ja glücker weil er halt doch noch irgendwo den fehler eingebaut hat weil sonst wäre eben der wäre eigentlich sowas von weg gewesen die karre aber leider haben wir so durch den verkehr nicht durchgekommen und dann hab ich dann am ende doch wieder gott sei dank endlich mal wieder jemanden ein gold hat das sieht ja patrolman 3 wir sind sogar level ab glücker zu sagen du wurdest befördert neuer bericht ausrüstung verbessert wir haben helikopter stufe nummer drei so ein neues fahrzeug haben wir geschafft und ein lamborghini lp6 und da sind die geschwindigkeit kontrolle so gut bin da froh dass wir das mal wieder hingekriegt haben soweit so äh neupes fiet noch oder machen wir das doch kommen wir hauen jetzt ein bisschen was raus an dingern das nächste ist bei der racer aber sie können sicher sein er ist ein jäger der mossel jago wurde 2001 als nachfolger des berühmten diablo vorgestellt der name stammt wie bei lamborghini traditionell üblich von einem kampfstier ab noch sehr lago war der name eines stieres der 1879 über 20 schwertstöße überlebte der namenszusatz lp6 40 steht für longitudinale posteriore also die einbaulage des motors sowie für die leistung von 640 ps bei 8000 umdrehungen pro minute der wagen erreicht eine höchstgeschwindigkeit von 340 stundenkilometern und beschleunigt in 3,4 sekunden von 0 auf 100 damit übertrifft er viele andere wagen dieser größe front und heckpartie wurden zusammen mit den seitlichen belüftungen die den v12 motor bei bedarf zusätzlich kühlen neu gestaltet eine neue abgasanlage wurde in den heck diffuser integriert und der linksseitige lufteinlass für den ölkühler vergrößert das ist das neue schätzchen was wir jetzt spazieren fahren so ok wir haben wieder maximum 50 mal nur fünf autos ok drei brauchen wir um zumindest bronze zu kriegen ich möchte ja anerkennung aber mein ziel ist es ja alle fünf zu stoppen weil die haben wir auch gekriegt also dass wir nämlich einmal durchgewichten aber die frage ist mein abends rät auf geht es hier wir uns hier mal nacken aber das freunde habe als wieder zurück auf der straße alle 2 2 2 5 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 8 9 5 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 6 5 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 6 5 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 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 9 5 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 6 6 5 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 6 7